Alexander Ring, Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. Jetzt ist er auf und da vorn macht er das Tor. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Könnte jetzt was werden. Balleroberung, ja, sie versuchen es. Da macht er ihn rein. Das war schon Tor Nummer 3. Der ist richtig gut drauf.